Ok Leute, wir haben es jetzt gerade Nolo 54 Ich habe gerade echt totale Kopfschmerzen Wir stehen hier gerade vor Magis Wir waren gerade noch ein bisschen hier Jetzt fahre ich nach Hause Moin Jungs Ja Moin Jungs Wahrscheinlich wird es ja verpixelt werden, oder? Nein, also ich weiß nicht, ein bisschen vielleicht Jetzt geht es erstmal nach Hause Dann morgen Welcher Schlüssel? Welcher Schlüssel? Ja Mann Da vorne ist früher ein Mann gewohnt, ne? Immer wenn ich von der Schule hier langgegangen bin Weißt du was der gemacht hat? Immer Er hat mich angeguckt und war so Oh, was hast du denn gemacht? Stell dir mal vor, du kommst als Kerl, du kennst dich hier so lang Du kommst gerade von der Schule nach Hause gehen Entspannen Guckst du nach rechts? Auf einmal siehst du einen Typen Er guckt dich an Lass uns mal ein paar Pizzen holen Oder Küffe und Böde Guck mal gibt es auch Böde Hier einmal Zwei Stück Mach zu Thunfisch So Essen wir was? Noch was? Und das ist das Gemisch Mit Capriakräutern Yalla Was noch? Hier Sochis können wir auch gleich holen Mit Barbecue Ja So Keine Ahnung, nehmen wir mit Das sieht doch nicht ganz gesund aus wie die normale Ernährung Na klar Pfeife rauchen Wir haben hier gerade Einmal ein fett nice die geholt Wir gehen da gleich Pfeife rauchen draußen Wir haben leider keinen Bonsenbrenner oder so Also müssen wir ein bisschen improvisieren Wir haben ein paar Getränke, Kohle Tabakfragen, Geilmaßgiebe geholt Wir benutzen einfach Selbstanzion und Kohlen Legen das so auf den Boden gleich Und machen die anderen Kohlen einfach oben drauf Und haben auch gleich von Koffern so ein Ding geholt Das ist ein Euro oder so Dann machen wir einmal, bist du bereit? Jawohl Einmal Schmeichel Oh Alter 3,40 Ja das ist wie der Akku da jetzt Stabilo Kann ich meinen Fuß irgendwo dran nehmen? Ja hier Ach so Okay Wir fahren jetzt hier Hier Ja 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 Kennt ihr diese dreckige Leute? Die sind online Aber gehen einfach nicht ran Was machst du Junge? Was? Was machst du? Nein Wuhu Hey ich bin bei den Hells Angels Alter Orlem halb deine Schnauze Lass mich in Ruhe bitte Ich bin grad wach geworden Ja hast du mich ge- Nein nun der Rechte Zu dir drin So wie ein Scooter los? Ja ja Pass auf Fahre eine Runde Ich geh Pfeife rauchen Ähm 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 Ich hab heute nie was in mein Glas Schweitertag Geh euch mal die Aussicht alter Haia Verlinse Alter Mach dich mal ab Mach dich mal ab So Ja da rein da Hier gehen wir mal so mit Trinken So Euer so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020